Musik Achtung, Achtung, hier spricht die Chefpolizei. Bitte gehen Sie aus Escherhaus. Wir wissen, dass Sie da drin sind. Ja, schönen Abend. Montagabend, Pfingsten ist fast vorbei. Das Festival ist fast vorbei. Und wir sind die Chefpolizei. Wir bekämpfen hier auf dem Festival das organisierte Erbrechen. Uns hat es Spaß gemacht, obwohl es schön war. Musik Musik 48 Wir haben auch einen Ruhm im Wald gespielt, als wir uns aufgefahren haben. Was hier im Wald am Giller ein ganz besonders toller Sound ist. Also wir kommen sicherlich wieder für unsere nächste CD, die wir aufnehmen. Wir verkaufen gleich drüber am Bierstand unsere erste CD, die ist von ABBA. Und wir werden gleich den Leuten noch empfehlen, wenn sie getrunken haben und sie wollen noch fahren, bitte vergessen Sie das Auto nicht, fahren Sie vorsichtig, rufen Sie uns an, wenn Sie da sind. Ihre Jazzpolizei.